Willkommen in diesem äußerst gehäumigen Ford Transit Custom Kastenwagen 270 L1. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Sie sehen hier einen 2,7 Tonner LKW Kastenwagen mit einer maximalen Nutzlast von über 800 Kilo. Durch den Frontantrieb ergibt sich ein Ladevolumen von über 5 Kubikmeter. Die großen Außenspiegel sind elektrisch verstellbar. Sie sehen hier den Kastenwagen mit kurzem Radstand und flachem Dach. Im Laderaum gibt es einen Vinylboden und eine halbhohe Holzverkleidung. Zu den Sommerrädern mit Stahlfelgen gibt es noch ein platzsparendes Reifenreparaturset. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Auf dem Beifahrerdoppelsitz können bequem zwei Personen sitzen. Das moderne Sechsganggetriebe hilft echt Sprit zu sparen. Für Ihre Sicherheit steht ein Airbag, ABS und ESP parat. Ebenso bietet der Wagen die praktische Start-Stopp-Automatik. Im Laderaum findet sich eine Klappe, durch welche Sie längere Gegenstände bis in den Fahrgastraum laden können. Diesen Stauraum können Sie natürlich auch von vorne benutzen. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahme-Preis. Auch telefonisch. Vielseitig, praktisch und kostengünstig. Das ist Transit. Das Schöne am neuen Transit Custom ist, es sieht auch noch gut aus. Dieser Wagen verfügt über zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch bieten wir bis zu fünf Jahre Garantie. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020